so servus und hallo und willkommen hier bei einer kleinen neuen aufnahme bei sky factory 2.4 ja schon lange her dass ich hier was aufgenommen habe die ganzen neuigkeiten erkläre ich euch noch nicht allzu groß denn ich habe jetzt was vor weil wie man sieht ich weiß gar nicht ob die quantum ringe schon gestanden sind auf dem me system was ganz sicher neues ist da drüben ein kleiner hässlicher klotz den ich noch verkleiden muss und schöner machen muss unsere widerfahren ja und klone haben jetzt auch wer nur hier mal in real life sehen will hier ist der hallo hallo der lurchjäger da man sieht es im end waren wir auch schon die müssen eigentlich auch mal wieder verschwinden lassen denn mittlerweile können wir uns dahin teleportieren gewisse andere sache ich lenke schon wieder von thema ab das kommt in der nächsten folge ich kliere jetzt mein inventar und oh mein gott läuft das wieder langsam weg 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 das brauche ich das brauche ich das brauche nicht und den maschrum habe ich eigener kommt weg die niedelgarn da mal auch weg weil die ist denn die habe ich mir nur zu spaß gekraftet heute schalten wir oder will ich endlich die große farm hier eröffnen mit euch zusammen ich habe extra gewartet und gewartet und immer gewartet und jetzt ja jetzt machen wir es und hier habe ich hier schon was vorbereitet es kommen sehr viel diamond sieht und wieso eigentlich so viel kohlen sieht haben wir denn so wenig ja das hat sich natürlich jetzt mittlerweile alles geändert seit ich sage sage ich seitdem da unten ein killer show oder wie sich der nennt am laufen ist muss ich dann auch das me system entrümpeln wir so viel leere bögen und so zeugs da muss ich mir mal überlegen wie das ganze funktioniert mit dem enchantment weil eigentlich möchte ich die ganzen verzauberungen jetzt nicht verlieren so wie schaut es denn aus mit kohle mittlerweile hätten wir eigentlich genug wie schauten eigentlich das mit der widder essenz da könnten wir und die nether gar keine mehr war doch da ein bisschen stimmt das habe ich deswegen gemacht obsidian brauche ich auch nicht mehr enderium ist sicher praktisch fluix zeugs das brauchen wir auch bronze allemal das habe ich auch nur zertus quats ein stack kohle so jetzt habe ich noch zwei stack irgendwas und 52 sowieso man sieht wir haben schon sehr viel stil hatten wir glaube ich relativ wenig da war aber aber kann man 32 mitnehmen iron hammer zum sauen futtern das anders endermen endermen mit denen der jungen röse ja jetzt sollte man wissen was später noch alles auf einen zukommt ich weiß wir brauchen jemanden ohne ende noch was braucht man denn alles für den big reactor mod ich kenne mich doch mit dem big reactor mod nicht aus und ich weiß damit nur noch so viele sachen man okay wie kraftet man denn das das ist brotoni braucht man das denn überhaupt wenn man was baut machte liebe güte für was brauchen okay das müssen wir eigentlich deutlich im deep dark so wie es ausschaut da kann man auch nicht viel machen da kommt mir der sache schon fast ein bisschen näher alles melde denn das denn kommt ja der wird jetzt gesiebt ist schon wie die end bis zum geht nicht mehr von was haben wir noch zu wenig das ist das ganze zeit das wie die zeugs dass ich hier hin und hier elektron wieviel dort haben wir eigentlich so dass das kann man mal alles ausschalten definitiv wisst ihr was ich mache es einfach so mein end hallo hallo 32 da waren wir da 32 weg und ein stack stil hatten wir so 32 52 fällen nether seeds farbstoff farbstoff brauchen wir kleinen blaze auch nicht dann machen wir es einfach so damit das ganze schneller geht holen wir uns noch mal einen diamond oder einen halben diamond oder einen halben diamond in dem fall und dann haben wir immer noch 52 redstone haben wir auch obsidian sowieso wieder 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 nee den damm hat er noch wir machen so 1 2 3 so wieder dann machen wir ein bisschen auf wieder skelette dann kann ich das da weg tun und das ganze ein bisschen anders herstellen so schauen wir mal eigentlich müsste ich da schon sehr viel vorbereitet haben also wie läuft es jetzt das läuft in das teil hinein das ist zurzeit noch disabled und das ist auch disabled das bedeutet hier werden die essenzen aus hier werden die essenzen ausgefiltert will ich das ja ich glaube kaum wir machen das so einmal dark diamonds 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 anerium fluix bronze dark 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 so dann haben wir mal alle seeds theoretisch rein praktisch drinnen und er wird beginnen das ganze zu verarbeiten sodass da mal auf eine weitliste ist auch schon umgestellt gut so schauen wir mal er macht ja da kommt da wird da freut sich der farmer und ich würde sagen das ganze lassen wir jetzt ein bisschen laufen so 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 naja so schnell ist jetzt auch wieder netter aber fast da kommt ja gar nicht nach zum laden gut äh eben genau und theoretisch rein praktisch dürfte jetzt kein einziger seed mehr übrig sein wenn ich mich nicht irgendwo verrechnet habe ja juhu super dann lassen wir das mal ein bisschen arbeiten und schauen uns nach die essenzen an die da reinkommen die samen oder die seeds werden ja sowieso wieder rüber zum planter und dann lassen wir das ganze laufen dann als nächstes will ich das hier ablösen interessant bei dem komischen killer joe da bleibt der da drinnen der wird nie gekillt wow da fällt jetzt mich der killer joe erwischt er wird nie gekillt schon interessant er haut zwar zu aber irgendwie schauen wir mal komm schon interessant so mein neuer bogen da und patsch interessant hallo jetzt so wir brauchen ein glas das ist wahrscheinlich sicher schon lange durch so out of range so oh was das war jetzt aber sehr hinterher nein das ist das ist ein gechiseltes gechiseltes glas war das ein gechiseltes chisel 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 so einmal rauf und aha doch einen ach da schießt einer auf mich das ist es und da bleibt der nächste hängen wieso das was wieso wischt ihr mich hä hallo na egal ähm was mir was ich hier bauen will ist eine kleine aber feine ähm draconium farm das erstmal lasse ich alles abbauen ja die sieht's die dürfen jetzt ins me system die hole ich danach raus irgendwie ich weiß noch zwar nicht wie aber egal äh und zwar beginnt das ganze natürlich so das ist nämlich gar nicht so einfach wir müssen das ganze zuerst einmal auto packen und danach mit dem automatik durchhammer und so weiter und so fort aber ihr sehe ich das jetzt gleich es wird eigentlich ich hoffe simpel genug das ist der automatik kämmer was brauche ich denn noch zum automatik kämmer einmal brauche ich den auto packer heißt er oder autonomes aktiviert nein wir heißen der schon wieder ach ich könnte die krise was ist es nein nein ah das ist eine tier na doch das ist eine tier 3 tier 3 rentiert sich eigentlich nicht von der geschwindigkeit her die ich das benötige da drüben habe ich einen stehen man ich hasse meine internet leitung ich hasse sie so ich hasse sie ich hasse auto packer habe ich gar keinen mehr wow wir wären jetzt ziemlich sicher gewesen dass wir noch irgendwo ein auto packer liegen haben auto packer das ist der das ist auch relativ easy zum kraften achso ja ich habe eine katze wo ist sie da ist sie hallo katze snowball ja 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 erinnert mich irgendwie an mietzimau zu so was haben wir denn hier oh mein gott das ist auch voll gelaufen dann holen wir die fische mal da raus da 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 einmal sortieren ähm hallo fische 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 ähm lillibet können wir rausnehmen das 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 öpp öpp und den rest lassen wir mal drinnen und sortieren den später aus da muss ich noch unbedingt irgendwas machen mit dem me system anbindung beziehungsweise den ganzen schrott aussortieren weil die ganzen satteln hier die brauchen wir natürlich nicht die können und genauso wie den rubber sapling die könnten wir genauso da unten in die loopback recycling anlage stellen fault oder war ein das gar nicht. Ja, super. Mensch, ist das langsam. Ich glaube, so baue nur du, dass die noch nicht verarbeitet hat. Eben. So, weg. Und das liegt, habe ich noch einen Hinterteil? Ach, ich habe noch einen Hinterteil. Und Hut. Aha. Gut. Lassen wir das. Ja, weil das ganze Zeug ist. Eigentlich könnte man den Fischer wieder ausschalten, weil bis auf die Safari-Netze ist eigentlich alles, braucht man nicht. Ah ja. Egal. So, wo sind wir stehen geblieben? Genau, wir wollten ja Draconium-Ohr. Und dafür brauchen wir zuerst einmal Netherrack. Wo haben wir denn die Nether-Seeds? Da sind sie. Gut. Und zwar kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Netherrack, genau. Netherrack kann man craften mit der Nether-Essenz, was man natürlich durch die Nether-Seeds bekommt danach beim Abbauen. Natürlich auch ein Soul-Seeds, Netherbrick und noch ein paar verzauberte Bücher, aber das interessiert mich nicht. Die Netherrack interessiert mich. Aus dem Netherrack, die kann man danach pulverizen, wobei... Ah, das ist anders. Beziehungsweise durch den Hammer. Danach haben wir Crushed Netherrack. Crushed Netherrack kann man danach sieben. Da, 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 da. Und danach haben wir die... Ich, Idiot. Doch, nicht Netherr. Das ist mit dem Endstone. Ah! Mit dem Endstone funktioniert das Ganze. Genau, mit Stone und Enderman-Essenz. Genau, da braucht man dafür Enderman-Essenz. Danach mal hat man den Endstone. Den Endstone selbst kann man... Schießen natürlich auch. Pulverizen oder mit dem Hammer. Und den Crashed sieht man dann. Dann hat man Broken Dracanium Ore. Aus dem Broken Dracanium Ore macht man... Natürlich den Gravel. Den Gravel selber muss man wieder pulverizen. Dann hat man es... Weil den kann man nicht direkt einschmelzen. Dann hat man das Ohr. Und dann hat man den Sand. Und nach dem Sand... Hat man den... Powdered. Und aus dem macht man den Dust. Und endlich den Dust hat man danach den Dracanium Dust. Und aus dem Dracanium Dust... Kann man entweder direkt ins ME-System leiten. Oder man kann den Dracanium Dust schmelzen. Hallo? Ja, genau. Schmelzen. Und man hat das Dracanium Ingot. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Das bedeutet... Wie viele Enderman Essenzen... Habe ich denn eigentlich noch... 2000 Irgermass? Gut... Dann würde ich mal sagen... Wir holen uns ein paar von dem Enderman Zeugs... Wo sind denn die? Hallo, 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 hallo. Oh, die sind da sicher. Da. Ja, genug ist genug, würde ich sagen. Das Feld lassen wir mal noch weiterlaufen. Und das bedeutet... Tang, tang, tang. Hier kommt das ganze Wied etc. zur Zeit raus. Danach wird da die Ender Essenz... Danach wird danach bleiben. Und die Enderman Seeds werden danach da wieder reingezogen. Gut. Bedeutet... Ach, tollege Güte. Da mal die Seeds rein. Das da weg, 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 weg. Braucht niemand mehr. Funktionieren tut das wahrscheinlich auch, oder? Ja, funktioniert. Und die ganzen Seeds, die brauchen wir nie mehr. Bye, bye. Und hier kommt der Nord, unsere kleine, aber feine Anlage. Das ist schon die Anlage, die das Netherrack durchsiebt. Jetzt muss ich gerade schauen. Eins, zwei, drei, vier, vier... Ja, okay. Die Frage ist... Nochmal einen Redstone Ofen oder nicht? Das ist hier die Frage. Jedenfalls... Die Essenz... kommt danach hier hinein... und sollte danach raus. Und ich glaube, wie das Ganze dann funktionieren wird... Mein Gott, der ist schon wieder 20 Minuten, mehr als 20 Minuten aufgenommen. Da kommen wir das Tetherrack. Und da brauchen wir ein Tier. Da brauchen wir eine Crafting. Crafting... Wie heißen die schon wieder? Die heißt doch... Da. Crafting Tier. Die kann zwei Rezepte. Reicht uns das? Eigentlich brauche ich nur eins. Der Rest macht der Autopacker. Crafting Tier 3. Da brauche ich zwei. Und da muss ich mir einer... Ach, der liebe Kacke. Hallo? Also, Machine Frame zuerst mal. Was fällt mir denn? Gold Nuggets. Gut. Machen wir gleich einmal zwei Stack Gold Nuggets. Und... Danach... Hier. Und das habe ich mir gedacht, dass eine Crafting Table fällt. Ich würde sagen, wir machen gleich einen ganzen Stack davon. Dann haben wir mal wieder was. Wenn auch langsam. Und ich mache gleich eine... Uah, das wohl. Uah, das wohl. Falsche Klick. Gut. Ich habe genug. Definitiv genug von den Tieren. Danach... Nehmen wir gleich eine Dreier. Aber wie das Ganze aufbaut, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Die ich jetzt dann gleich zusammenschneiden würde. Oder was heißt er jetzt gleich? Die jetzt gleich einmal wieder beendet ist. Ich mache jetzt einfach weiter. Tu so, als hätte ich nichts gesagt. Und sage Tschau. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao, ciao.